Willkommen in der Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten Heizkörperthermostate ansehen. Das Homematic IP ist eine intelligente Lösung zur Heizungssteuerung und Teil des Homematic IP Smart Home Systems. Das Gerät ermöglicht eine komfortable Temperaturregelung über die App, Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant oder direkt am Gerät. Es können bis zu drei Heizprofile eingestellt werden, die den Energieverbrauch optimieren und bis zu 33% Heizkosten sparen können. Dank der Fensteroffenerkennung senkt sich die Temperatur automatisch, wenn ein Fenster geöffnet wird, was Energieverlust vermeidet. Ein kleiner Nachteil des Thermostats ist die Abhängigkeit von der Homematic IP-Zentrale oder dem Access Point, um die volle Funktionalität wie die App-Steuerung zu nutzen. Außerdem ist ein regelmäßiger Batteriewechsel erforderlich, da es mit AA-Batterien betrieben wird. Insgesamt bietet dieses Thermostat eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, die Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Insbesondere für Nutzer, die bereits andere Homematic IP-Produkte verwenden. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Das Bosch Smart Home 2 ist eine smarte Lösung zur Heizungssteuerung, die sich nahtlos in das Bosch Smart Home System integriert. Es ermöglicht eine präzise Temperaturregelung über die App, Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit. Dank der SIGBI-Technologie kommuniziert das Thermostat stabil mit dem Bosch Smart Home Controller. Besondere Funktionen wie die automatische Temperaturabsenkung beim Öffnen von Fenstern und die wöchentliche Entkalkungsfunktion verlängern die Lebensdauer der Heizung und sparen Energie. Das Gerät kann außerdem Zeitpläne für die Heizungssteuerung erstellen und arbeitet besonders leise. Ein Nachteil ist, dass das Thermostat ohne den Bosch Smart Home Controller nicht in das Smart Home System integriert werden kann. Zudem besteht das Gerät trotz eleganter Optik aus Kunststoff, was nicht jedermanns Geschmack trifft. Insgesamt bietet das Thermostat eine solide Lösung für die smarte Heizungssteuerung, besonders für den Nutzer des Bosch Smart Home Systems. Der Preis sowie weitere Details können über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Das EV Thermo ist ein intelligentes Heizkörper-Thermostat, das speziell für Apple HomeKit Nutzer entwickelt wurde. Es bietet eine einfache Steuerung der Raumtemperatur über die EV App oder per Sprachbefehl mit Siri. Durch die Integration von Thread und Meta ist es zukunftssicher und ermöglicht eine stabile Vernetzung mit anderen Smart Home Geräten. Das Thermostat lernt die Heizgewohnheiten seiner Benutzer und passt die Heizphasen entsprechend an, was die Energieeffizienz steigert. Mit der Fensteroffenerkennung passt er automatisch die Heizleistung an und hilft so Energie zu sparen. Ein wesentlicher Nachteil ist die begrenzte Funktionalität ohne ein Apple HomeKit Steuerzentrum wie ein HomePod oder Apple TV. Ohne diese Hardware sind keine Fernsteuerung, Automatisierungen oder Zeitpläne möglich, was die Nutzung etwas einschränkt. Zudem ist die Nutzung von Siri und der HomeKit App für einige Nutzer möglicherweise eine Einschränkung, die andere Plattformen bevorzugen. Insgesamt ist dieses Modell eine gute Wahl für Apple-Nutzer, die eine zuverlässige und einfach zu bedienende Lösung für die Heizungssteuerung suchen. Der aktuelle Preis sowie weitere Details findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Homematic IP Evo ist ein modernes Smart Home Thermostat, das sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe Funktionalität auszeichnet. Mit der Möglichkeit bis zu drei Heizprofile einzustellen und 13 tägliche Temperaturänderungen vorzunehmen, lässt sich der Heizbedarf optimal anpassen. Die Fensteroffenerkennung senkt automatisch die Heizung, wenn ein Fenster geöffnet ist, was hilft bis zu 30% Energie zu sparen. Das beleuchtete LED-Display zeigt die Temperatur gut ablesbar an und kann je nach Installation gedreht werden. Ein möglicher Nachteil ist die Notwendigkeit eines Homematic IP Access Points oder einer kompatiblen Zentrale für die Nutzung der smarten Funktionen. Einige Nutzer könnten auch den Preis als etwas hoch empfinden, insbesondere wenn mehrere Thermostate benötigt werden. Insgesamt bietet dieses Thermostat eine leise und energieeffiziente Möglichkeit, die Heizung intelligent zu steuern. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Aushalte, die ein bestehendes Homematic IP System nutzen. Den aktuellen Preis und weitere Details finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Das Bosch Smart Home ist ein smartes Gerät, das sich leicht in das Bosch Smart Home System integrieren lässt. Es ermöglicht die genaue Steuerung der Heizung über eine App oder Sprachassistenten wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit. Das Gerät ist einfach zu installieren und passt auf die meisten Heizkörper mit einem Standardgewinde von M30 x 1,5 mm. Adapter für Danfoss-Ventile sind ebenfalls enthalten. Dank der energieeffizienten Funktionen wie der automatischen Temperaturabsenkung bei geöffneten Fenstern unterstützt es dabei, Heizkosten zu senken. Ein Nachteil ist die Notwendigkeit des Bosch Smart Home Controllers, ohne dass das Thermostat nicht autonom funktioniert. Auch der Preis ist höher im Vergleich zu einfacheren Modellen, was es eher für Haushalte interessant macht, die bereits ein Bosch Smart Home System nutzen. Dieses Modell ist ideal für alle, die eine einfache Möglichkeit suchen, ihre Heizkosten zu senken und gleichzeitig die Vorurteile eines vernetzten Smart Home Systems nutzen zu können. Weitere Informationen und den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!